Ja, ich weiß. Okay, perfekt. So, ich muss jetzt los. Ich bin dann unterwegs, ja? Okay, ja, danke. Hallo, Frau Fischer. Ich brauche eine Änderung in der Präsentation. Und zwar sofort. Wir haben nicht viel Zeit, Frau Fischer. Haben Sie... Was ist los, Frau Fischer? Hallo, hallo, Frau Fischer? Frau Fischer? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hallo, Frau Fischer. Warum antworten Sie nicht? Es bleibt keine Zeit. Frau Fischer! Frau Fischer hat sich gut aus. Hallo, Frau Fischer. Untertitelung des ZDF, 2020